Hallo, also mein Name ist Michael Sanderson und ich spiele jetzt ein paar Eigenstücke, die ich selber geschrieben habe. Die erste Melodie bearbeite ich jetzt für ein Lied und das Lied wird Distance heißen. Die erste Melodie bearbeite ich jetzt für ein Lied und das Lied und das Lied. Und diese Melodie habe ich in einem Lied namens Control veröffentlicht vor einer Weile. Das Lied kann man auf YouTube und Spotify und so weiter anhören. Die Melodie hört man zwischendurch im Stück. Das Lied. 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 Das Lied.